ja hallo hier ist wieder krillow ich heiße ich will kommt zurück zu oxygen not included ohne wie leder geht mal wieder nix und die leute brauchen eigentlich gar nicht weil wir können ja das so frei graben aber wir haben ja noch ein das wir da nicht haben wollen das würde ich mal hier oben aussetzen wollen leiter zerlegen ja die aufträge sind erst mal wieder drin womit war starten ich hatte ja gesagt wer astronaut werden möchte darf das gerne in die kommentare schreiben ich hatte tatsächlich erwartet dass das gedränge darauf ein bisschen größer ist es gab drei kandidaten das heißt es war ich weiß gar nicht mehr wer es war ich weiß nur noch wer gewonnen hat und zwar war das ja ich habe das ganze ausgewürfelt mit einem wurfel von 1 bis 3 und gewonnen hat die 1 das heißt der erste der meiner zeit leiste das gepostet hatte und das war der generalmajor tanki und dementsprechend wenn wir dich jetzt auch hier in diese laufbahn schicken ist für deine moral glaube ich alles andere als gut aber ist es ist jetzt auf jeden fall soweit du bist unser astronaut nummer zwei nicht blöd da geht navigation ganz oben wer war denn unser erster ist es anders angeordnet auch den sehr coolen astronauten haus und das möchte ich mir tatsächlich sogar mal anschauen wenn der angezogen wird dann nämlich lieber das oxy lied da bitte entschuldigung was war das denn bei der helm abgeholt ok jetzt haben was gesehen bei rock ford er müsste auch gleich kommen aber jetzt haben wir wenigstens einmal gesehen wie bei den astronauten helm aufsetzen sehr schön ja also hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten element habe ich vergessen nachzuschauen wie viel forschungs module ich sonst gebaut habe müssen wir vielleicht gleich sowieso mal schauen wenn was in bezug auf die aufs teleskop achten da müssen wir dann mal ansehen vielleicht auch was da sind ich glaube dass es pro planet fünf sachen waren die man erforschen kann general major tanki kaum ist er astronaut schon werter sich hier selbst ein aber er befreit sich auch selbst so was wir hier ebenfalls noch brauchen ist sauerstoff genau machen wir denn dass sauerstoff haben wir hier dann bauen wir mal eine leitung also ich habe gleich wieder alle aufträge für dieses video verbraucht bis das alles fertig gebaut ist die alten aufträge waren ja nicht mal komplett abgearbeitet dann können wir auch an den strom packen ja so tier eier das nächste ähm hübsch 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 Wir haben hier oben tatsächlich sehr viele Schleim-Lungen-Keime. Können wir sicherlich... Oh, entschuldigt, aber... Ja, ihr hört's ja, ne? Klingt nicht so gut. So, lassen wir mal schneller laufen, damit die halbe Stunde schneller rumgeht. Hu 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 hu. Ja, ja, ich weiß. Der war ganz schlecht. So. Das Ei kann uns nicht mehr ärgern. Dann hatte Kerstin ebenfalls hier einen sehr guten Einwand, wenn wir die Leitern ein Feld weiter nach unten bauen in Zukunft. Das heißt, äh, auf dieser Höhe hier, dann können wir auch nicht mehr in Gefahr laufen, äh, oder haben wir ja nicht mehr die Gefahr, dass unsere Duplikanten hier oben hochklettern können. Äh, werden wir definitiv so machen. So, was hatten wir noch? Das hatten wir... Achso, genau. Äh, der Öltank... ...entleert sich langsam. Warum das passiert, ist eigentlich... ...klar, wir haben zwei Pumpen, die hier roh, äh, abpumpen. Mal mehr, mal weniger, wenn ich die eine hier sehe. Also, die steht gerade still, aber wir haben nur eine Leitung, die permanent hier reinpuppt. Hier kommt ab und zu auch mal was, ja. Aber ansonsten... ...ist es nur die eine. Wir könnten das erweitern, indem wir hier, äh, noch eine zweite Leitung hochlegen, aber ich weiß gar nicht, ob wir das wollen. Weil ich vermute mal sehr stark. Wir haben hier reichlich Erdgas. Ja, Wasserstoff haben wir nicht so viel, aber... Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie... Ähm, ja. Gefahr laufen, dass uns das Rohöl ausgeht. Deswegen glaube ich einfach mal, das passt schon, gerade wenn wir hier in Zukunft hier oben auch noch in Richtung Solar gehen. Ähm. Ich dürfte das wahrscheinlich dann doch, ja. Relativ ungefährdet bleiben. Ähm, dieses Leiterkabel legen wir noch hier hoch. Ähm, achso, hier unten seht ihr übrigens was. Äh, Blueprint, das ist ein neuer Mod. Den werde ich euch heute Nachmittag vorstellen. Also, das heißt, das Video dafür ist schon aufgenommen. Ähm, könnt ihr euch heute ansehen. Super Mod, mehr will ich noch nicht verraten. Ich benutze ihn auch extra hier jetzt nicht. Um da nicht zu viel vorwegzunehmen. Also für diejenigen, die natürlich das Video am Dienstag erst abends sehen, dann ist das Mod-Video auch schon da. Ja. Wir warten und warten. Der verschmutze Sauerstoff wird hier überall gereinigt. Hier. Habt das hier so gut passiert, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ähm, übrigens habe ich auch noch von euch den Hinweis bekommen, dass es jetzt auch Meteoriten gibt mit Gold-Amargan und auch mit Kupfererz. Das heißt, wir haben nicht mehr nur Eisen, sondern auch die Materialien gibt es jetzt hier oben. So. Fünf Stück sind fertig. Ja, wir müssen halt warten, bis wir das... Ah ne, wir können das Teleskop nutzen. Sehr gut. Ähm. Können wir aber noch nicht. Aber umso mehr ich drüber nachdenke, waren es glaube ich pro Planet Dinge, die man erforschen kann. Und dann reichen die fünf Forschungsmodule. Ja. Ähm, was wir vielleicht mal planen können... Ist unsere... Kampferzeugung. Nämlich, wir brauchen dafür einen Wasserkühler. Stahl ist nicht das... ...perfekte Material, aber es ist gut genug. Dann brauchen wir... ...ne Gaspumpe. Oder wir bauen gleich zwei, weil eine kann ja maximal 500 Gramm abpumpen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. hmm... ... ... ... ... ... ... Verlegen wir das noch mal leicht Was hab ich denn jetzt hier gemüssen? Ist egal, da muss ja nicht Es passt schon So Was wir definitiv brauchen, einmal ist ein Wolfraum hatten wir ja nicht Auslauf Neues Wasser So, die isolierte Gasleitung 11,6 Tonnen Keramik haben wir erst Dann machen wir das mal doch aus Not much Okay Okay Sensoren, wir brauchen hier folgende Sensoren Wenn hier kein Wasser Oder keine Atmosphäre Also Wieder das Noch das Dann bauen wir Ein Oder Oder Gatter Ich glaube, das können wir aus Blei bauen, ohne dass es gefährlich ist Dann soll das eingeschaltet werden Blöde bin ich jetzt blöd Ne, eigentlich müsste das so funktionieren So, wir müssten aber eigentlich auch die Temperatur noch mit Wir brauchen auch noch ein und Gatter Also wenn eins dieser beiden Dinge Geben ist Also eins von den beiden Plus die Temperatur ist noch nicht so hoch Dann schalten wir es ein Ja Das klingt doch gut Rom für die ganze Schose Holen wir von hier Ja Ja Die Gaspumpen brauchen auch ne Ja 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 Liebe Duplikanten Dann könnt ihr mal zeigen was ihr drauf habt Baut mal alles schön fertig In der Zwischenzeit Rausche ich da einmal aus Nämlich in der Leiterkabelbrücke anstatt dem Leiterkabel Können wir das da schon mal bauen So, sauberes Wasser, wo bekommen wir denn? Hm Mensch ne das Nenn ich mal einfach Wir brauchen auch dafür noch nen Sensor Brauchen auch dafür noch nen Sensor Ja Wir können eigentlich Planen wir noch nichts, ich glaube dass wir das Signal von hier her auch für unser Ventil benutzen können Das ist das eine fällt man extra frei nicht dass ihr euch wundert damit ich das später also damit da nicht schon Wasser rein läuft sondern dass ich das dann ganz einfach so verbinden kann So Atmosensor wenn Wir Wir fangen mal mit dem Hydro Sensor an Wenn wir unter Wenn wir unter 1 Kilogramm Wasser sind Oder machen wir mal 5 5 Äh Wir machen mal 5 2 Also 26 Ist egal Unter 26 Kilogramm Wasser Aktiv Und wenn wir Unter 5000 5000 Gramm Äh Sauerstoff hier dann in dem Raum haben Dann möge sich doch bitte der Wasserkühler einschalten Genau Und Und Das Ventil öffnen Ich glaube ich habe da einen großen Denkfehler aber wenn ich da gerade so drüber rede kommt mir das total unlogisch vor zerreißt mich nicht in den Kommentaren Aber ich glaube das ist totaler Quatsch Was ich hier gerade mal so von mir gegeben habe aber Ja und eben wenn wir unter einer Temperatur sind von zum Beispiel 150 Grad hier dann soll er auch laufen So das alles dürfen wir jetzt fertig bauen Lassen Das ist doch noch ein bisschen mehr von der Stromleitung das fehlt Ist unsere Wow unsere Sauerstoffleitung ist komplett fertig Ich bin begeistert Dann machen wir doch hier Priorität bauen 6 Einmal das Das können wir mitnehmen Das können wir nämlich anfangen hier gleich mit dem Das Kug zu Ah ne da müssen wir auch noch die Bunkertür für öffnen Ach Mensch Es gibt immer so viel zu tun Das können wir auch noch die Bunkertür für öffnen Ja genau der greppt nämlich jetzt hier oben frei Ja genau der greppt nämlich jetzt hier oben frei Ich glaube über die Automatisierung in unserem Dampfraum reden wir nochmal Wenn ich da so ein bisschen in mich gehe und drüber nachdenke Das war gerade wieder ein dunkler Moment in meiner Geschichte hier In Oni auf YouTube Und ihr wart dabei Zwar nicht live aber ihr wart dabei So wer ist denn untätig Das ist oft ein Zeichen dafür dass jemand eingesperrt ist In diesem Fall nicht Ich leidere Ich leidere Wo ist denn eine pneumatische Trübisch Ich leidere Okay Ich habe es langsamer werden lassen Also die Trockenwände hier hinter ist glaube ich den meisten klar warum wir die bauen Für diejenigen die es nicht wissen Hier oben entsteht halt immer sofort ein Vakuum Weil Gase Flüssigkeiten hier verschwinden Es sei denn man macht das was wir hier machen Dass man Trockenwände dahinter baut Dann passiert das nicht Dann erzeugen wir quasi ja Einen Raum im Weltall Nicht nur quasi das machen wir Bis wir hier die ganzen Keime getötet haben Das wird nach dem ein oder anderen Zyklus dauern Helfen wird bestimmt Aber hier so Der wird nicht funktionieren Noch so und in einer oder anderen Luft Aufgestellter zu bauen Jetzt müsste doch hier keine Sichtverbindung Achso ja Ja das machen wir aber erst im nächsten Video Dass wir das ganze angehen Weil wir diese eine Tür durchaus Hier mit ran nehmen können Aber wir haben eben auch noch keinen Wie heißt das gleiche Keine Weltraum Scanner Genau so heißen sie Womit wir das Signal abgreifen können Ob Meteoriten stumm ist oder nicht Das müssen wir auch noch alles bauen Ach wisst ihr was wir bauen hier einfach schon mal Unser Kommandomodul drauf Wenn es dann noch zu wenig war Dann muss ja immer noch abändern Das Ding braucht viel Strom oder? 2 kW 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW Machen wir doch mal folgendes An dieser Stelle KW 3 kW 3 kW 4 kW 4 kW 4 kW 5 kW 4 KW Ich wollte gerade sagen, wenn wir das so mal haben, dann wittert nix. Erst das hier bauen. Kabel. Das ist noch schnell da ran. Dass wir das wenigstens fertig bekommen. So, hier müssen wir natürlich... Achso. Oh, Mensch. Welche Flüssigkeit kühlen wir denn? Glaube. Ja. Wir kühlen das Rohöl, das von hier unten kommt. Da geht schon die eine Leitung hoch. Glaube. Und das ist die Eingangsseite. Und das Ganze geht dann hier auch wieder zurück. Irgendwann gleich aufpassen. Genau, nämlich hier. Ich brauche eigentlich alles kein Mensch mehr. So, und hier muss ich jetzt... Das können wir ruhig so anschließen, dass es da wieder reingeht. Aber ich muss es hier noch priorisieren. Und das heißt... Wir machen das so. Dass das Rohöl zuerst immer nach oben durchgeht, falls was benötigt wird. Und auch zuerst von oben kann dann das gekühlte oder etwas gekühlte Rohöl abfließen. Letztendlich will ich hier gar nicht aktiv kühlen, sondern es ist einfach nur, dass das Ding läuft. Oder laufen kann, wenn es gebraucht wird. Und dann wird da, wenn... Ich hab mich so... Ich hab mich so... Schönen Sie hier nicht verraten. Ich hab mich nicht verraten. Ich hab mich auf die Schreien. Ich hab mich so... ja da bin ich echt mal gespannt ich könnte euch so aufzählen wer hier die hände über dem kopf zusammengeschlagen hat bei der ganzen aktion naja schon ganzes stück hin dann hier noch alles aufräumen leitung hier drin muss noch beschleunigt werden vielleicht machen wir das auch mal alles falls wir noch nicht alles hatten haben wir jetzt alles und da kann man den raum auch eigentlich dicht machen ja das will ich nicht ohne automatisierung machen ja dann sind wir eigentlich mit unseren vorbereitungen durch was ich mir für dieses video vorgenommen also wie gesagt wir werden beim nächsten mal noch die die weltraum scanner bauen und glaube dann sind wir auch gar nicht mehr so ganz weit von unserem ersten flug entfernt vielleicht sehen wir den schlimmsten video ich hoffe auf jeden fall arbeitet darauf hin und ja dann bedanke ich mich fürs zuschauen ich hoffe ich habe euch gut unterhalten und ja freue mich wie immer über euer feedback macht's gut bis bald euer krill Vielen Dank.